Hi, wieder der Digger Yoshi, der wieder meinen DVD-Film euch vorstellen möchte. Und zwar handelt es sich um den Film Red Planet. Ein cooles Teil, wie ich finde. Auch vielleicht nicht so bekannter Film. Hat auch nicht so prickelnde Besetzungen. Aber macht trotzdem Spaß zu gucken. Sie hier kennt man aus Matrix. Ist die Twinity-Darstellerin. Und man, ich sollte nicht vorher so viel Eis hier trinken. Ja, cooles Ding, coole Effekte. Macht Spaß zu schauen. Es geht eben halt um einen Marsflug. Lade, wie gut, hier seht es schon hässlich. Es geht um einen Marsflug, wo man halt den Marsfeuer-Algen bepflanzt hat. Um eine Atmosphäre aufzubauen. Also ein Bio-Hub-Havadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ganz gut. Und macht aber echt Spaß zu schauen. Also wer auf so seinen Switchen-Zeugs steht, ist damit gut bedient. Bis zum nächsten Mal. Danke, Yoshi. Bye.